Führe ich Sie, wenn Sie möchten, durch diese Stadt und zwar weit, weit zurück ins 15. Jahrhundert. Es ist dies die Zeit des jungen Martin Luther und des kleinen Georgius Agricola, die beide einst die Welt verändern sollten. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020